Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mit Spaß ins Wochenende Ah Wo wollte ich runter? Old Town hier irgendwo Da wollte ich irgendwo runter Heißt mitten in der Zone Das Gas nähert sich deiner Position Rate dort schnell zu verschwinden Ah Hier ist direkt Old Town Und hier kommen auch welche runter Der Feind nähert sich Keine weiteren Waffen hier C4 Schnell weiter Bombendrohne Hier ist ja noch irgendwo eine Kiste Ich hör sie doch Noch so ein Säusack Eine Schrotflinte Wahrscheinlich im Nebeneingang Ah hier unten Ich bin Ich bin Oh, ah. Ihr wart doch da. Wo kam der auf einmal her? Das Gas kommt näher, zur neuen Sicherheitszone. Oh. Da hatte ich eine ziemlich gute Waffe auf einmal. Ich brauch weitere Sniper-Money. Du verlierst deinen Boden. Bewegung. So, mal darüber. Er wird der Aufklärungsüberflug. Aha. Also hier scheint mir jetzt keiner zu sein. Wie viele Platten da habe ich? So. Noch ein Sack. Ich habe vollen Rucksack. Ich habe vollen Rucksack. Ich habe vollen Rucksack. Und ich habe vollen Rucksack. Ich habe vollen Rucksack. So, mehr Munition kann ich gar nicht mitnehmen, anscheinend. Der Thermit ist mir lieber. Oh, jetzt bin ich immer noch in der Zone. Da hinten wird gemörsert. So, nachladen bitte. Da oben ist einer und hüpft da rum. Bumpendrohne eingesetzt. Bumpendrohne bereit, Verstündung. Bumpendrohne Das wollte ich gar nicht verbrauchen. Bumpendrohne Bumpendrohne Das Gas nähert sich. Neue Sicherheitszone gefunden. Bumpendrohne 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 Oh ja. Ich gehe da unten runter. Danke, Platte Ich hab schon eine ziemlich gute Waffe Geld Platte Weitere Muni Schockstab brauche ich nicht Bin ich so der Freund, wovor es drohen? Da Oh ja Weitere Platten So erstmal hier rüber Ich muss da oben, nicht da unten Ah ja Das antwortet die Frage Wo ich hochkomme Vorratskiste gesichert Fehlen noch zwei Auch hier oben die Ecke Da drüben war einer Das antwortet die Ecke Das antwortet die Ecke Eine Vorratskiste fehlt noch. Das verdammte Ding sichern. Wie viele Panzer und Kisten wir mal haben? Ja. Da oben aufs Haus. Muss ich rauf. Hier ist keiner drauf, oder? Auftrag abgeschlossen. Alle Vorratskisten gesichert. Nee, das ist eine Schrotplinte. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ich bin immer noch in der Zone. Feinde kommen in den Bereich. Den Himmel beobachten. Ich bin immer noch in der Zone. Ich war hier oben. Ich war hier oben. Auch aufpassen, dass hier keiner raufkommt. Ein Sniper auch noch. Sehr viele Platten. Der Feind nähert sich. Der Feind nähert sich. Ja, so gefällt mir das. Schussverkauf aktiv. Preise an der Vorratsstation gesenkt. Ah, da... Oh. Verdammt. Kam da noch jemand hoch? Bereithalten für Wiedereinstieg. Äh, nope. Wieder Auferstehung endet bald. Jetzt kommt drauf an. Das Gas brest jetzt nicht aus. Oh, der Sniper. Schussverkauf beendet. Schussverkauf beendet. Preise angepasst. Es sind auch noch 17 da. So, nimm Platte. Feinde kommen ins Einsatzgebiet. Schussverkauf beendet. Schussverkauf beendet. Keine zweiten Chancen mehr. Drohnen setzen Vorratsstationen im Gebiet ab. Ich weiß, dass du da oben bist. Unter den besten 10 gelandet. Immer weiter so. Ich weiß, dass hier einer reingelaufen ist. Schussverkauf beendet. Schussverkauf beendet. Schussverkauf beendet. Noch vier. Schussverkauf beendet. Schussverkauf beendet. Na, ja? Vielen Dank.